Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren arbeitsrechtlichen Video. Heute geht es um die Befristung von Arbeitsverhältnissen. Sie ist ein nicht ganz so examensrelevantes Thema, obwohl sie sich problemlos unter den Wortlaut der Hamburger Prüfungsgegenstände Verordnung subsumieren lässt. Das liegt daran, dass für befristete Arbeitsverträge gemäß § 620 Absatz 3 BGB das Teilzeit- und Befristungsgesetz gilt. Abgedruckt ist das TZBFG aber nur im Schönfelder Ergänzungsband, den man im ersten Examen in Hamburg nicht dabei hat. Das heißt, dass etwaige Norm aus dem TZBFG im Sachverhalt abgedruckt werden müssen, sobald sie relevant werden. Im Folgenden geben wir einen kurzen Überblick über die Befristung und beginnen mit den Voraussetzungen, bevor wir uns den Rechtsfolgen zuwenden. Offensichtlich ist, dass eine Befristung im Arbeitsvertrag vorgesehen sein muss. Die Wirksamkeitsvoraussetzung der Befristung entnehmen wir dann, wie bereits gesagt, gemäß § 620 Absatz 3 BGB dem TZBFG. Unser Einstieg dort ist der § 17 TZBFG, den wir uns zuallererst einmal ansehen. Wie bei der Kündigung kommt es auch bei der Befristung zunächst darauf an, dass die Arbeitnehmerin sich klageweise dagegen wehrt. Erhebt sie nicht innerhalb von drei Wochen ab dem Ende der Befristung eine Klage, tritt gemäß § 17 Satz 1 TZBFG eine Wirksamkeitsfiktion ein. Regelungstechnisch verweist das TZBFG in § 17 Satz 2 auf die Regelung zur Kündigungsschutzklage im Kündigungsschutzgesetz. Die Wirksamkeitsfiktion der Befristung gilt grundsätzlich für alle denkbaren Unwirksamkeitsgründe. Nicht anwendbar ist die Fiktion nur, wenn strittig ist, ob überhaupt eine Befristung vereinbart wurde. Dann geht es nicht um die Unwirksamkeit der Befristung, sondern um deren Bestehen. Das läuft also ähnlich wie bei der Kündigung, bei der die Fiktion ja auch nicht die wirksame Erklärung als solche umfasst. Nun die nächste Voraussetzung. Gemäß § 14 Absatz 4 TZBFG muss eine Befristung schriftlich erfolgen. So weit, so einfach. Die Musik wird regelmäßig beim folgenden Prüfungspunkt spielen, nämlich dem Vorliegen eines sachlichen Grundes. Ein solcher sachlicher Grund ist gemäß § 14 Absatz 1 TZBFG grundsätzlich für die Befristung erforderlich. Wahlweise kann der Arbeitgeber jedoch nach den Absätzen 2, 2a und 3 auch ohne einen sachlichen Grund befristen. Diese Tatbestände sollten zuerst geprüft werden. Lest euch bitte fix § 14 Absatz 2 TZBFG durch. Gemäß § 14 Absatz 2 Satz 2 ist eine Befristung unzulässig, wenn mit demselben Arbeitgeber bereits ein Arbeitsverhältnis bestanden hat. Die Norm schützt die Arbeitnehmerin als strukturell unterlegene Partei vor rechtsmissbräuchlichen Kettenbefristungen. Das unbefristete Arbeitsverhältnis soll die Regelbeschäftigungsform bleiben. Ein typisches Problem ist, ob auch eine lange zurückliegende Vorbeschäftigung einer Befristung entgegensteht. Das BAG setzt hier keine feste Grenze, sondern argumentiert mit dem Schutzzweck, den wir gerade besprochen haben. Das Befristungsverbot ist dem Arbeitgeber nicht zumutbar, wenn keine Gefahr eines Rechtsmissbrauchs der Befristung besteht. Das kann nach dem BAG insbesondere sein, wenn die vorangegangene Beschäftigung sehr lang zurückliegt oder von sehr kurzer Dauer war. Subsumptionsfest geht anders. Hier müsst ihr schlicht abwägen und den Sachverhalt auswerten. Drei Jahre sind in jedem Fall zu kurz, damit das frühere Beschäftigungsverhältnis außer Betracht bleiben kann. Wenn eine sachgrundlose Befristung nicht möglich ist, kommt es auf den Sachgrundkatalog in § 14 Absatz 1 TZBFG an. Beachtet aber, dass die Liste nicht abschließend ist. Grundsätzlich kann also jedes legitime Interesse des Arbeitgebers an einer befristeten Beschäftigung ein Sachgrund sein. Hier muss im Zweifel wieder einmal abgewogen werden. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Prüfung der Wirksamkeit der Befristung ist immer der Abschluss der letzten Befristung. An diesem Zeitpunkt muss also ein sachlicher Grund bestanden haben oder es müssen die Voraussetzungen für eine sachgrundlose Befristung vorgelegen haben. Das war es schon mit den Voraussetzungen der Befristung, also ab zu den Rechtsfolgen. Eine wirksame Befristung schließt gemäß § 15 Absatz 3 TZBFG das ordentliche Königungsrecht aus. Davon kann aber individual vertraglich abgewichen werden. Erwähnenswert ist noch die ziemlich harte Rechtsfolge des § 15 Absatz 5 TZBFG. Wenn das Arbeitsverhältnis nach Ablauf der Befristung stillschweigend fortgesetzt wird, gilt es als auf unbestimmte Zeit verlängert, wenn der Arbeitgeber nicht unverzüglich widerspricht. Die Rechtsfolgen einer unwirksamen Befristung regelt § 16 TZBFG. Auch diese Norm lesen wir uns kurz durch. Denkt immer daran, je mehr wir aus dem Gesetz ableiten können, desto besser. Es lohnt sich also, die Normen wirklich zu lesen und sie nicht einfach wegzuklicken. Wir halten fest, eine unwirksame Befristung führt zu einem unbefristeten Arbeitsverhältnis. Nach Satz 1 Halbsatz 2 ist außerdem das ordentliche Kündigungsrecht bis zum Ende der unwirksamen Befristung ausgeschlossen. Insoweit soll die Arbeitnehmerin nicht schlechter stehen als bei einer wirksamen Befristung. Das war es dann schon mit unserem Video zur Befristung von Arbeitsverträgen. Wegen der etwas geringeren Examsrelevanz des TZBFG haben wir uns hier bewusst kurz gefasst und nur die Basics abgedeckt. In der Klausur solltet ihr vor allen Dingen den Weg ins TZBFG über § 620 Absatz 3 BGB finden und dann präzise mit dem Wortlaut der TZBFG-Vorschriften arbeiten. Alles, was aus dem TZBFG relevant ist, muss, wie gesagt, abgedruckt sein. Damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.